Hallo und willkommen zu diesem Video, in dem wir euch einen Einblick in die Firma Service rund ums Boot meines Freundes Björn Berger geben wollen. Er ist nicht nur ein begeisterter Segler, sondern auch ein erfahrener Bootserviceanbieter, der sich um alle Belange seiner Kunden kümmert. Es gibt bei Wissen, wie viel Service es im Trockendock zu tun gibt. Das reicht vom Anti-Fouling-Anstrich über Elektro, GFK und Holzarbeiten bis zum Motorwechsel. Björn Berger und seine Firma Service rund ums Boot sind für mich der Garant für perfektes Gelingen. In diesem Video zeigen wir euch, wie er einen Teil seines speziellen Auftrags erledigt. Den Transport eines Kundenbootes vom Auskran bis zum Trockendock. Dabei werdet ihr sehen, wie viel Sorgfalt und Fachwissen in diesem Prozess steckt und wie ihr die Zufriedenheit seiner Kunden sicherstellt. Das Video dauert nur etwas über zwei Minuten, also lehnt euch zurück und genießt die Fahrt. Grabebsende Spett Drogen Diret 00 Bis zum nächsten Mal.